Musik Wenn schlotternde und zähneklappernde Durchschnittsmenschen im Geist einen sonnigen Frühling und Sommer 1967 herbei wünschen, befassen sich Modefachleute auch in der Schweiz bereits mit der Sport- und Freizeitkollektion des nächsten Winters. Kreationen Made in Switzerland bekam an dieser Tage auf dem zum Innerschweizer Renommierhügel avancierten Rigi Berg zu sehen. Kreationen, die der Swiss Fashion Club, eine Vereinigung von Textilindustriellen, den Fachjournalisten vorgestellt hat. Musik Ski und vor allem Après-Ski-Kleidung, die spätestens auf den zweiten Blick als solche zu erkennen ist, stand im Vordergrund der Modeschau, die in Rigis neuestem Ergebnis modernistischer Hotelarchitektur in Szene ging. Baumwolle, Wolle, synthetische Fasern, alles woraus Kleider gearbeitet werden, war an der Schau vertreten, die unter dem sehr wissenschaftlich klingenden Motto im Lichtkreis der Sonne stand. Musik 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 Wie fühlen Sie sich? Doch sicherlich in Stimmung, unverzüglich zu einem rasanten Ski- oder Après-Skilauf anzusetzen. Immerhin für Letzteres dürfte mit den gezeigten Kleidungsstücken eher gewährgeboten sein. Richtige Après-Ski-Hässchen werden dem Nachtclub Winter 67, 68 jedenfalls gewappnet gegenüberstehen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 TWO Untertitelung. BR 2018